Danke. Willkommen an alle und an alle. Super, dass ihr da seid. Wir sind die Gruppe Queens of Piano. Und heute Abend, wir präsentieren euch eine Lange Klassik Pop. Wir sind hier in Nizza. Wir freuen uns auf unser Konzert. Wir machen die komplette Show auf Französisch. Den N Imperial Gamer Tichana Gamer Tichana Gamer Tichana und Wetter Gamer Tichana Dirin, dass die ich verstehe. Ich weiß. Oh, ah, oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Okay, ich weiß. Musik Wir klopfen auf den Flügeln. Wir zupfen die Seiten. Wir moderieren. Wir singen. Es ist eine vielseitige Show. Es gibt sogar akrobatische Einlagen. Wir sind einerseits klassische Pianistinnen, verbinden aber auch Pop-Elemente in unsere Musik. Also zum Beispiel Happy von Pharrell Williams mit der Ode an die Freude von Beethoven. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020